Mann, das killt ja jetzt auch mit BOTS Alter, wenn ich den jetzt mit einmal wieder treffe, dann ist der wieder down Heulen die gleich wieder Ich hab den einfach auf meine Wanze rangehauen Tome, wir haben doch... Ah, da ist ein Halkin Geht doch Jaja, du bist ein Arsch, bleib hier Unsere Farbe, naja unser Hammer Nee Doch Wie wollt ihr den wieder kriegen? Der ist ja schon hier Bist du denn für einer hier? Also Willst du mich zu töten? Hä? Gehst du bitte sterben? Will ich aber nicht Naja Na, kommt er von der Seite, du Dexter Vielleicht Haha Schon blöd, wenn man nur auf eine Richtung aufpasst So, jetzt glauben wir euch den letzten Mal das haben, das Herr Märchen Ja Gut dir das? Ihr hackt doch sowieso alle da hinten drin Wieso? Bist du da hinten drin? Ich sehe das auch schon Ja Aber nicht Klar Aber nicht Haben dich doch schon links gesehen Ja Aber sei froh, wir kommen nicht alleine Ja Wie ist das? Ja 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 Ich hab fast Vielleicht bringe eine Überraschung mit Hey Hey Oh, es leckt Toll Toll Lotte wird sich nicht beruhigen Lotte wird sich nicht beruhigen Kann man irgendeinen Hammer klauen? Autsch Fuck Nice Nein Doch Naja Ich hätte euch wieder Musiker machen müssen Hättest du Und das war Ja Wir haben Och nö Ernsthaft Ich hab noch nicht gewonnen Ernsthaft Ah, jetzt kommt wieder Loadout ins Spiel Jawohl Ja 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 Er braucht drüber ein paar Minuten, dass er sich wieder einspielt Cool Ist doch irgendetwas rotes Na, wo ist Centos? Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du Centos? Wo ich bin? Ja Egal Wow Ja Ja Gehst du eh drauf, mein Freund Ja Jetzt bin ich drauf gegangen Wegen euren scheiß Minen, die hier rumliegen Kontaktminen, die sind voll chillig Die gehen einen auch nicht auf die Nerven, ne? Ah Was haben wir denn hier Ja Nehmen wir mal das Tier Hunderter Kaliber Mhm, du hast ja mehrere Dinger Ja Ah, zwei Sätze noch fertig gemacht Mhm Viel Spaß Ich hab mir eben deine Waffe genommen gehabt Achso, mein Raketenwerfer, der ist geil Ja, Match gewonnen Yay Erhobenschaftsflug auf Fall geschaltet Na toll Wege mal auf mal Jawohl Wo bin ich denn? Wie ging das nochmal? Notrad drehen einfach nur Ah Ne, das ist aber Waffe wechseln Ich bin zweiter aber Und fahrerst tanzen Toll, jetzt guck jetzt, jetzt kriegen wir mein Handy Auf Vibration Ja Ja, Tagespreis Den einfach Wie lange haben wir jetzt? Ich geh hier raus Mensch verlassen Ja 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 Wir können ja etwas machen Wir können ja sagen, dass wir nachher nochmal eine Runde machen und sowas Wenn du Lust hast Ja Können wir auch machen, ja Machen wir eine kurze Pause Ich kann mich ja bei dem Helden Ich hab einfach nur ausgelockt und die Aufnahme beendet Alles klar Ich kann sagen Bis später Hallo Der nimmt immer wieder auf, Leute Das ist unglaublich Ohne was anzusagen, wie Lautaut hat Hauptsache, er kriegt irgendwelche peinlichen Sachen mit rein Was er einfach mit reinbauen kann Weil Ich bin ja zentrum so Ich mag Bratwurst Aber erstmal sage ich Jo Leute Willkommen zurück zu Lautaut Jo Nach einer kleinen Essenspause, ja gut Halbe Stunde Knapp dreiviertelstunden sogar Ah Blitz Boah Tan Def Und sorry wegen der letzten Aufnahme Ich hab aus Versehen einfach mit Lautaut beendet Anstatt dass man die Aufnahme zu beenden Ah du bist ja Ich bevor es schief zu sagen Ich hab mir nicht voll falsch gedrückt Egal Swain ist Lautaut Ich glaube ich zocke nachher mal eine Runde wieder Hats da ohne Schauen ob da irgendetwas neues ist Äh Im August oder so sollte der Abenteuermodus ankommen Okay Ja ich weiß nicht was ich gleich zocken soll Das ist das Problem Achso Außer dass ich rendern muss Mhm Rendern muss Schon mal vorschreiben aber danach Keine Ahnung I don't know But I wanted Wer hat denn die Blitz Oh So und jetzt gehen gleich direkt alle Toten So nächsten down gekriegt so muss das sein die Nudeln Ja Nice Dicket hit 21 Okay ist die nur jung Kannste direkt nachfragen Hey Dicket hit 21 Was bock? Ja für'n Noob ey Ach das war unten? Toll Ja das war bei mir Ich krieg Dreck Ja Schon gelitten Haha Ich hab die voll Auf den einen platziert eben Ja wenn der Wenn der sticky hast dann ist das richtig gemein Muss ich eines mal nachleihen wieder Ohhhh Jawoll Was geht denn jetzt ab hier bei uns? Weiß er nicht Vielleicht haben wir gute Leute drin Aber wirklich gute Leute Oder das war auch in der Phase Nee Haha Ich hab noch paar Schuss Ich hab'n Jawoll Ich hab'n Jawoll Nice Nein ich bin tot Naaah Ohhhh Ja das hab'n ja auch gehabt Wir haben zu sehr auf einen Egal Guck mal wer auf Nummer 1 ist Mir doch egal Scheiße Schon wieder übernommen Von hier hinten schon weggeschnetzelt Von hier hinten schon weggeschnetzelt Haha Zu geil Ich glaub'n wir haben auch zu gute Leute drin Ja sag' ich doch So haben wir den jetzt Das hier drin Ja Direkt reingeballert Direkt reingeballert Der Typ kassiert nicht Komm'n nächster Dicke Titten komm'n Dicke Titten geht drauf Ah Dicke Titten ist tot Oh Kampfrausch Hohohohoho Was hab'n ich denn jetzt Nicht das dran Weil ich gegessen hab'n Das war ich hier Ja Ja Nein Mich lässt du schon in Ruhe Ich will noch weiter Dicke Titten schon wieder Der Typ der Jagd nicht nur Ja Was denkst du da Nilsa da Da Der Karl Ja komm 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 Ja Geschafft Nice Doch Heilung Unbedingt Heilung Wo ist der Hinten Rollpunkt Tja von oben schon Regen Jawoll Ach da Okay Heilung Jogen ist das ne Ja Maaah Gelitten oder wat Scheiße bin tot Ich habe auch Ich hab's nicht krieg'n noch welche mit Jawoll Jawoll Letzter Letzter Der letzte oder das letzte Sitz haben Kannst du den Haul Ach schon wieder jeden Ne Dicke Titten geht auch nicht los Hm Ah der eine Box sieht da nur durch Dicke Titten verbillst dich du nervst Ich will mit den dicken Titten rumspielen Dürfen wir das eigentlich auch sagen dicke Titten hier Keine Ahnung Dicke Titten Dicke Titten Dicke Titten Dicke Titten 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 So das reicht Ach hier frisst noch Granaten ne Runde Jawoll Und schon wieder Oh guck mal drei Leute hintereinander Titten Na ja Komm lass uns die Wo hin erstmal Ja da kommen wieder welche Echt's Hab ich gleich Hab ich Na du bist dann ne Sau Sack Da kommt der nächste Auch Ein hat mich voll weggekickt Ich bin tot Schon wieder Oh ich brauche Leben Nein brauchst du nicht Ein Stern Na ich hätte nur noch irgendwie ein Prozent wenn das so sein müsste wurde getreten auf der ohne witz und decke ticken dreck auf dem kopf gesendet das ding so läuft eure testerscheiße könnt ihr euch ins gesicht schmieren und der nächste dauerung kommt noch ein um mein gewehrs alle nein in einer hat gesundheitsgranaten scheiße decke titten wo bist du decke titten unten die getätten ist da hier wird schön habt ihr eine granate wo sind wir hinten naja ich bin dauernd das haben sie aber jetzt hingekriegt dann ist wieder decke titten das ist auch totes jetzt auch raus kommt aber nicht weit und da ist die getreten verbrannt worden ja jetzt sie noch ein bisschen durch dann kommst du noch einen platz höher aber jetzt nehmen die einfach damit die jungs wieder sitzen wo er von hinten nehmen irgendwo wieder unten hast du das wenn man sich selbst trifft stehen geblieben wo diese heilungsgranaten gleich tot das nachland dauert einfach übelst lange ich brauche irgendwo heilung hier und der nächste kommt schon gedauern also das sind dabei mitmachen wenn du da mit allen vielen rumholst dann geht das viel besser und der nächste dauernd ja die meisten stehen und der nächste und der nächste